Hallo liebe Angelfreunde und Naturliebhaber! Unsere Frühjahrstool 2017 führt uns in den Nordosten Spaniens an den Ebro. Das ist der zweitlängste Fluss der Iberischen Halbinsel mit einer Fläche von ca. 85.000 Quadratkilometern. Bis dahin sind es für uns jedoch noch ca. 19 Stunden Fahrt. Wir sind gespannt welches kleine und vielleicht große Abenteuer auf uns wartet auf unserer schwimmenden Insel. Und los geht's! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt fahren wir gleich über den Rhein nach Frankreich. Wir haben jetzt die erste Etappe geschafft. Die ersten 900 Kilometer sind geschafft. Heute stehen knapp 1000 Kilometer auf dem Plan. Mal gucken, wie wir durchfahren. Mal gucken. Mal gucken, wie wir bei den Rhein nach Rhein-L� Keil und Schütze auf einem M3-Ls. Mal gucken, wie wir von einem M3-Ls. Mal gucken, wie wir bei den Rhein-L-Ls. Mal gucken, wie wir mit dem Rad. Mal gucken. Mal gucken. Also machen wir. Bis zum nächsten Mal. 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 Heute Nacht werden wir noch mal in einem Hotel unterkommen. Und morgen haben wir dann noch 250 Kilometer ungefähr. Und dann sind wir am Ziel. Ja, jetzt noch 3,5 Stunden bis zum Ziel. Wir sind sehr aufgeregt und hoffen, dass wir gut durchkommen. Ja, und dann kann es losgehen mit dem Fischen und den Abenteuer. Ja, ich bin gespannt. Let's go. Ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Nach 2200 Kilometern haben wir das Ziel erreicht. Jetzt nur noch schnell aufbauen. Und dann geht's aufs Wasser. Und dann, wir sind ja auch einfach. Ja, wir sind gleich mal im Hallex. Also zehn centimeter spießt ihr an. Mal im Hallex. Das ist technisch, jetzt mal in derfenολком인지. Das ist mein Leon und derart. Da geht's. Wir sind Mistü. Ich bin ja, ich bin ja bin ja, immer so schnell. Ja, egal. Bis zum nächsten Mal. 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 Ohne Fotos, ohne alles. Ohne Fotos, ohne alles. Ohne Fotos, ohne alles. Davon sind die beiden hübschen. Aber es kam noch viel dicker. 22 Kilo. Der Ausflug hat sich echt gelohnt. Aber wir haben ja noch vier Nächte. Mal gucken, was noch passiert. Wohooo! Vielen Dank. Ja, gerade geht es Schlag auf Schlag, eben kurz ins Zelt gesetzt, um ein paar Regentropfen auszuweichen und gleich wieder der Bissanzeiger rausgerannt. Und das hier das Ergebnis. Also das ist hier jeden Morgen dasselbe. Wir haben 9 Uhr und meine Mitstreiter liegen noch im Bett. Währenddessen ich schon Tee gekocht, Frühstück gemacht habe, Apfel waschen, das Boot geputzt, die Ruten rausgelegt. Dann liegen die einfach noch im Bett. Zum einen hätten wir die Nullian und die Länder. Aber wie man hört, sind sie schon wach. Ohhhh. Der kleine Roni, der spielt schon raus. Ja. Mann, 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 mit denen ist so ne Stamm zu fangen. Was soll man dazu sagen? Morgenstund hat Gott im Mund. Das war der Kampfstärkste Fisch überhaupt passiert. Das... Scheiße. Und wer zur弓in oder zur弓inz? Alter, ist der Wärme. Immer noch nicht ein Kanal voll. Ein bisschen größer ist er. Voll! Auf jeden Fall größer, oder? Biggie, ey, das ist der größte bisher. Ja! Boah, war das ein Kampf. Der Fisch hat im ersten Moment erst mal 50 Meter Flucht gemacht. Ist um die ganze Bucht rumgeschwommen. Gute Morgen in Ebro. Morgenstund hat Gold im Mund. Oder Gold im Keser. Die erste Goldbahn, oder so. ist der Frisch. Bisschen Sie die Autos. Schleimung des Kachau. Egal. April im Mund. Schleimung des Kachau. Schleimung des Kachau. Einreichung des Kachau. Schleimung des Kachau. Einreichung des Kachau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, so soll es sein. Den Plan hatte ich im Vorfeld. Die beiden waren halt noch nicht Carpfeangeln. Also Linda war einmal schon mit bei. Aber selber gefangen hat sie halt auch noch nicht. Und wir haben uns schon seit einem Dreivierteljahr darüber unterhalten. Das war zusammen bei Carpfeangeln. Und wo kann es schöner sein als am Ebro in Spanien? Auf jeden Fall. Nette Leute hier noch kennengelernt. Ja, super gastfreundlich. Die Spanier bringen quasi einen Kaffee ans Wasser und laden einen nach Hause zum Abendessen ein. Also wirklich nett. Und insgesamt einfach absolut eine runde Sache. Auf jeden Fall. Das war mein Hausrat für eine Woche zum Karpfenpfuschen mitnimmt. Uns hat da nichts gemangelt. Ja, und man geht schon mit einem Tränen in den Auge. Aber bis zum nächsten Mal. So, wir fahren jetzt nach Hause. Zumindest noch zum Einladen. Und dann geht's los. Wir werden wahrscheinlich noch einen Abstecher an den Kassierenden machen, an den Heiligen See. Wollen wir uns den nochmal angucken. Vielleicht werden wir da auch nochmal fischen. Wer weiß, wo es uns noch hintreibt. Also, die Serie ist noch lange nicht zu Ende. Auf jeden Fall war es hier super angenehm. Wir haben verdammt schöne Tage erlebt mit schönen Fischen. Wir haben viel gelacht. Es war einfach herrlich unter der Sonne Spaniens. Und wir kommen im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.